Wie werden Substanzen mit niedrigen Konzentrationen in dem Medium als Stammlösung hinzugegeben? Die meisten Spurenelemente und Vitamine werden in Mikrogramm bis Milligramm Größenordnungen im Medium eingesetzt. Hierzu werden 100 bis 1000-fach konzentrierte Stammlösungen eingesetzt, auch um solch kleine Mengen noch gut abwiegen zu können. Die Spurenelemente werden mit einer Feinwaage genau eingewogen. Die abgewogene Stoffmenge wird anschließend mit aufgereinigtem Wasser in Suspension gebracht. Abschließend wird das Gefäß leicht geschüttelt.